Hey Jungs! Was hast du da? Das neue Auswärts-Trikot ist da! Hm, nicht schlecht, hey? Tülle! Guck mal da! Mach mal! Was machst du da? Gelbe Karte! Wegen Trikot ausziehen! Ach hör auf, hey! Gibt ja Dinge ja! Guck, da haben wir beide eins gekriegt. Dafür hatte ich es als erstes.